Russland TV, Russland, hören uns sehen! Zum 25. Gedenktag der Tschernobyl-Katastrophe organisierten zwei Kaluga-Jugendorganisationen einen nächtlichen Spaziergang zum Denkmal für die 3000 Liquidatoren aus Kaluga, die beim Einsatz in Tschernobyl ihr Leben riskierten. Die den Anlass durchführende Jugendgruppe Urbax setzt sich gegen das Vergessen von ihrer Meinung nach bedeutsamen geschichtlichen Ereignissen und für den Erhalt von historischen Bauten im Kaluga-Gebiet ein. Ihr Anliegen ist es, zu zeigen, dass es auch engagierte Jugendliche gibt. Nach eigenen Angaben arbeiten sie autonom. Mit einem Kerzenzug wurde den Liquidatoren gedacht und beim Denkmal unweit des Stadtzentrums eine Schweigeminute eingelegt. »Asstellen, dass die Gäste zu sein DAML« »Normale sind businesses in politics, um dieей�roη verurde 돌아byert« »Normale sind Musik betrekt!" Geben Sie, bitte, drücken Sie die Öknechen und die Elektrische und die Gas- und die Öknechen. Die Öknechen und die Öknechen. Untertitelung des ZDF, 2020